Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Matago Video zum TE30X Plus Math Print. Wir schauen uns an, wie wir hier eine Regressionsanalyse mit dem Taschenrechner durchführen können. Hierfür habe ich uns ein Beispiel aus dem offiziellen Aufgabenpool rausgesucht, nämlich das LED Lampen 5 Beispiel, nämlich Beispiel Nummer B346. Es geht hier um eine lineare Regression, die wir hier durchführen müssen und entsprechend müssen wir als erstes einmal die Daten eingeben. Und dafür können wir jetzt direkt die Taste Data verwenden, denn hier haben wir eben die Listen, in die wir die entsprechenden Werte einpflegen müssen. Das heißt, wir geben hier mal in der ersten Liste idealerweise die X-Werte ein, also 4, 5, 6, dann haben wir noch die 9,5 und die 11 und die 17. Und dann können wir in der Liste 2, also L2 jetzt hier in dem Fall eben die Y-Werte eingeben, also 130 und dann die 250, die 280, dann haben wir noch in weiterer Folge 350 und das dauert jetzt leider ein bisschen, aber ist gleich erledigt. 600, die 800 noch und dann zu guter Letzt die 1000. So, wenn wir das eingegeben haben, können wir jetzt einmal hier rausgehen mit Second Quit und dann hier auf Second Data gehen. Hier haben wir nämlich eben jetzt der Stat Rec und das, was wir hier jetzt brauchen, finden wir weiter unten, nämlich bei Lin Rec. Wir brauchen jetzt hier eine lineare Regression. Ihr könnt im Übrigen auch grundsätzlich eine lineare Funktion, es muss jetzt nicht zwingend ein Regressionsbeispiel sein, indem ihr einfach zwei Punkte von einer linearen Funktion kennt, könnt ihr auch Lin Rec durchführen und erhaltet somit zum Beispiel die Funktion für eure lineare Gleichung. Selbiges könnt ihr natürlich machen, auch wenn ihr zum Beispiel Quadratic Rec, also eine quadratische Funktion aufstellen wollt oder Kubik Rec natürlich, wenn ihr eine Funktion dritten Grades haben wollt, braucht es dann halt entsprechend hier zum Beispiel auch vier Punkte und genauso funktioniert es aber auch, wenn ihr eben zum Beispiel eine exponentielle Regression durchführen wollt, also eine Wachstum- oder Zerfallsfunktion. Auch da reichen euch zwei Punkte und ihr könnt direkt hier die Funktion erstellen lassen, ohne dass man jetzt da gleich irgendwie umformen muss oder sonst irgendwas. Wir brauchen jetzt hier Lin Rec, das heißt wir nehmen den Befehl 4 und da müssen wir jetzt nur noch bekannt geben eben, was unsere x-Werte und was unsere y-Werte sind. Also wir finden die x-Werte in der Liste 1, die y-Werte in der Liste 2. Das ist standardmäßig markiert, deshalb macht es halt eben auch Sinn, dass man die in x und y eingibt und grundsätzlich kann man hier also das Frequency, das Werte eigentlich immer auf 1 lassen, weil wir in der Regel da keine Häufigkeiten eingeben, aber natürlich sollten mal wirklich Häufigkeiten auch noch dabei sein, dann könnt ihr hier das entsprechend in Liste 3 zum Beispiel eingeben und was auch noch recht nett ist, man kann hier die Funktion gleich abspeichern, auch als f von x oder g von x, ist in der Regel jetzt nicht zwingend notwendig, aber man könnte sie eben abspeichern, weil man damit vielleicht noch weiter was rechnen möchte, dann wäre das hier auf jeden Fall auch gleich drinnen. Ansonsten gehen wir hier dann einfach auf Calculate und dann erhalten wir eben hier den Wert für a, den Wert für b, also Steigung und unser Schnittpunkt mit der y-Achse und in weiterer Folge haben wir hier unten dann das r auch noch, also den Korrelationskoeffizienten, falls ihr den braucht, auch der ist hier vorhanden. Das war es auch schon wieder zur Regressionsanalyse am T30x+. Ich hoffe, das Video war aufschlussreif für euch. Wir sehen uns in einem der anderen Videos sicherlich wieder.